Für eine Laufbereitschaft, okay, und viel Spaß beim Fliegen. Geh ruhig direkt an den Hang, genau, bleib am Hang und dann gleich wieder zurück. Körper links, Bremse links, jawohl, halten links, halten links, halten links, halten links, immer noch halten links, halten links, richtig zurückfliegen, genau, und gerade. Bleib beiseitig leicht angebremst und jetzt beiseitig etwas mehr Bremse halten und dann die Landung selbstständig. Jawohl, okay. So, okay. Manfred, hört mich? Manfred, ja, gut. Okay, ja, denkt dran, schön passiv bleiben und ich würde sagen, einfach mal runter. Harno, so, Bremse, Lägen, Laufbein. So, auf der Bremse bleiben, richtig Gas gehen, hier hinten hoch. Nicht etwas hoch, nicht mehr Bremse. Steuern ein bisschen, sehr gut. Okay, jetzt spannst du dich, Arme, seitlich, links steuern, rechts, dann geht hoch. Rechts hoch, oben lassen beide Hände hoch. Jetzt fliegt er. Entspann dich, Gerhard. Ähm, und nach rechts steuern. Manfred! Genau, super, mit Körpergewichtseinsatz, sehr schnell, gerade fliegen. Jetzt fliegt man mit auf und rutscht mal raus auf dem Fahrzeug. Genau, und warten noch mit der Bremse, warten noch. Schrittstellung so ein bisschen. Jawohl. Du brems dich jetzt ein. Naja, du hast mich vor allem eingebremst du Gauner. Weg ist der Manfred. Glog�� ll 66 Z storing Z nothing 강l O F Vielen Dank.